Ein selbstfahrendes Auto rollt durch eine Stadt der Zukunft. Welche Herausforderungen und Gefahren gibt es? Wie kommt das Fahrzeug am effizientesten ans Ziel? Was sind die Schwachstellen? All diese Fragen kann ein digitaler Zwilling beantworten. Und zwar ohne dabei Menschen zu gefährden oder Ressourcen zu verschwenden. Digital Twins können Prozesse simulieren, Produkte testen oder Maschinen überprüfen. Einfach, digital und günstig. Aber was genau sind Digital Twins? Digital Twins sind Zwillinge, die materielle oder immaterielle Objekte nachbilden, um gewisse Sachen hervorsagen zu können, simulieren zu können. Digital Twins sind also digitale Abbilder von realen Dingen wie Produkte oder Prozesse. Bevor man Ressourcen, Manpower oder Geld in die Wirklichkeit einsetzt, hilft es alles schon einmal in der digitalen Welt durchzuspielen. Aber wie können die digitalen Zwillinge helfen? Digitale Zwillinge entstehen durch kontinuierliche Datenübertragung, um eben gewisse Sachen nachbilden und abbilden zu können. Massenhaft Daten helfen den digitalen Zwillingen, die Wirklichkeit zu verstehen und nachzustellen. Man kann Verfahren testen und Produktionsprozesse optimieren. Trotzdem nutzen bisher nur 8% der deutschen Unternehmen Digital Twins. In der Industrie 4.0 wird sich diese Zahl aber in den nächsten Jahren deutlich steigern. Experten können in Echtzeit sehen, was gerade in Wirklichkeit passiert und bei Bedarf reagieren. Kontinuierliche Überwachung von Wasserversorgung, um frühzeitig zu erkennen oder simulieren zu können, ob irgendwo ein Ausfall ist. Oder zum Beispiel im Retail-Bereich, wo man ein gewisses Geschäft simulieren kann und herausfinden kann, wie das bei Kunden ankommt, schon bevor man das überhaupt alles aufbaut. Abgesehen von Datensicherheit fürchten viele Experten, dass Digital Twins viele Arbeitsplätze obsolet machen. Die digitalen Zwillinge sei eine sogenannte disruptive Technologie. Eine der großen Technologien, die in allen Bereichen Einfluss bekommen und alle möglichen Bereiche beeinflussen in ihrer täglichen Arbeit und in ihrer Technologie, die sie anbieten können. Die digitalen Zwillinge spielen im Internet of Things eine entscheidende Rolle. In Österreich gibt es bereits rund 80 Millionen sogenannter Endpunkte, also Sensoren oder Prozessoren, die eine Vernetzung der einzelnen Geräte ermöglichen. Weltweit sind es rund 20 Milliarden. Diese können der Zukunftstechnologie wertvolle Daten liefern. 2020 wurde der Markt von Digital Twins auf 3 Milliarden US-Dollar geschätzt. Das soll bis 2026 schon auf 48 Milliarden ansteigen. Digital Twins sind schon Gegenwart, doch sie werden die Zukunft sicher verändern. von Latein Vielen Dank.